Stärke, Marktwissen, Geschäftserfolg. Was erwarten Sie von Ihrem Partner? Und was können Sie Ihrem Partner bieten? Sie sehen, eine Kooperation ist keine Einbahnstraße. Machen Sie also Ihre Hausaufgaben. Betreiben Sie Marktrecherche, finden Sie eine geeignete Strategie und vernetzen Sie sich. Aber nicht nur vom Schreibtisch aus. Gehen Sie mit uns auf Reisen und lernen Sie neue Partner vor Ort kennen. Sie müssen dazu keine Fremdsprachen lernen, denn wir sprechen elf Sprachen. Auch die Ihre. Auf der Suche nach neuen Vertriebspartnern mit EcoPlus International.